Einmal schreien und gucken, ob ihr alle hört. Hallo! 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 Wer schreit hier? Hallo? Hallo! Ich glaube es war... hä? Hab ich gerade Flesk lachen gehört? Ne, das war ne weibliche Stimmung, glaub ich. Ach, da bin ich ja. Oh mein Gott, ich hab so ein lustiges Profilbild. Ich hab einfach meine Vagina im Bild. Ist das funny? Geil! Was? Tamina! Hey! Nimm mich! Okay. Aber von hinten, warte. Girl, du bist so hot! You got me act up! Ahaha! Ahaha! Komm, steh ich von hinten rein. Warte, warte, ich will das vorm Fenster direkt machen. Komm, warte vorm Fenster. Du bist Kinky? Ich will das, wo ich es sieht. Keiner? Oh! Oh, jetzt! Ja! Hahaha! Hi, Parsi, was geht bei dir? Bist du? Bist du Imposter, Parsi? Das Ding ist, ich wollte eigentlich eines Plastik bestellen. Ah! What? Ah, ihr hört mich jetzt wieder? Ja! Ja! Pockchamp! Also, ich kann euch so viel verraten. 92 LB. Ah, ich lebe an Lacki. Verdammt! Lass! Hallo, Ani! Ich erinnere, dass du da bist! Ich bin hellgrün! Ich hasse mein Leben! Niemand liebt mich! Ich liebe dich! Ich bin so allein! Die sind alle vor mir weggerannt, Ani! Bist du Imposter? Ja? Ja! Ja! Boah, als ob ich ihn töten würde! Ich bin grün! Oh! Oh! Ah! Blalalala! Mhhh! Mh! Mh! Sorry, sorry, ich hab gar nichts getrunken gehabt, so sorry. Ich kann mich nicht muten, was soll ich tun? Ich liebe Vlesky Points, ich finde, die sollten den Euro ersetzen. Anni, da unten liegt eine Leiche und da stehen zwei Leute davor. Wo? Ich zeig's dir als Geist leider. Man muss halt so seine Aufgaben beledigen. Okay, was ist das hier für ein Task? Ich raste aus. Für einen Download-Task soll ich hier reinkommen, ja? Maoki. Hex hat gerade mit Prime abonniert. Danke, Keks. Meine Nase. Tamina. Hi. Franz? Ich halte dir meine Hand drauf. Karuso, ich hab dich auf frischer Tat ertappt! Auf frischer Tat ertappt! Pockchamp! Anni, wie heiß ist es bei dir hier? 314 soll ich machen. Ich musste auf 350. Ich versteh das nicht, weil Lava ist eigentlich ... ... 1200 Prozent heiß. Ich weiß nicht, was wir hier einstellen. Was habt ihr? Oh Gott! Ich hab echt noch kein Animal Crossing DIY bekommen. Ich bin so stinksauer. Ich versteh das gar nicht. Ich bin so stinksauer. Ich versteh das gar nicht. Ich bin so stinksauer. Ich bin so stinksauer. Ich bin so 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 Und dann haben wir drauf geguckt und haben noch zwei Leute. Max? Ja. Ohhhh. Ey! 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 Was sagt eine Nonne zur anderen? Grüß Gott! Beschütz dich mal kurz. Ich muss kurz die Taste umlegen. Das ist ja ätzend. Ich geh mal leicht fixen. Ich drück jetzt ab, ja? Drück ab. Drück ab, ja. Let's go. Auf geht's. Einen ganz großen. Eww. 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 Chantau hat selbst Mod begangen. Hey Caruso, was hast du an? Mauki, bist du im Posto? Ja. Hat mich abgeholt. Chantau, sag mal was. Hallo? Okay, jetzt wieder die Schnauzeiten. Hä, wo ist denn jetzt Chantau? Eww. 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 Ey, ich bin's wieder mit einer weiteren Admin-Panel-Masterclass. Ihr würdest niemals snitchen, oder? Eww. Caruso, jetzt tu... Oh Gott. Eww. 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 Weg von mir. Eww. Eww. Ja klar. Anni, kannst du kurz weggehen? Ich würde auch keinen Hot Girl Shit machen. Eww. Immer dran. Look man hat. Ohne Witz. Ohne Witz, ich lasse 50er es davon gucken... Ich möchte kurz auf mich aufpassen. Ich muss die Runde in meiner Mama YouTube-Sheet eintragen. Oh Gott, Alter. Ich war doch vorhin schon mal ein Lab, um Karuso zu töten, da hab ich die dann einfach direkt gemacht. Macht Sinn. Ah, ich hab mich verraten. Mann, ich bin ja ein kleiner Dussel. Oh, weia. Chantau, schlechter Versuch, aber ich lass ihn dir. Das war so wack für ihn, dass er sich nicht verteidigen kann. Ja, das ist halt echt kacke. Ne, das find ich grad gut eigentlich, dass man nicht reden hört. Chantau? Jo. Max? Ja. Anni? Ja. Mauki? Rrrr. Lachen einfach. No, nicht reporten. Ja, aber das löst ja schon mal das Problem, dass wir Tamina nicht hören, oder nicht? Ja. Nice. Mauki ist Imposter, Mauki ist Imposter! Ich bin nicht Imposter. Mach Crab Rave an, Chantau. Mauki, ich stand hinter dir an der Kamera. Er leckt mich doch, ganz sicher nicht. Mauki, warum hast du bei meinem ersten Licht 700 Jahre gebraucht, um zwei Knöpfe zu drücken? Alter, ich hatte in der einen Hand die Pizza-Box, und der anderen Hand hatte ich ein Pizzastück. Weißt du, Schmerz? Hat mich abgeholt. Kein Fan. Ich bin ehrlich, Schmantau. Kein Fan. Wir haben gecrabraved. Nein, also ich bin nicht Imposter. Rabimmel, Rabammel, Rabumm. Ich kann jetzt snitchen, aber wir sind gerade eh Tryhard-mäßig unterwegs, ne? Ja, ja. Snitchen. Snitchen. Das Spielspielen. Küch. Wie viele Spielstunden hast du, Chris? 3 oder 5. Was? Oh Gott, das ist ja unangenehm. Anni, ich streame das seit 90 Tagen jeden Tag. Scheiße, stand es neben mir oft. Das tut mir leid. Ja, ich würde euch auch vorschlagen, wenn ihr gerade in einer Task seid und nicht wüsst, wer neben euch steht, dann redet nicht über diese Person. Ja, das tut mir leid. Willst du uns was mitteilen? Nee, nee, alles gut. Also Schmantau und Romatras sind zusammen Specimen reingelaufen und haben sich vorher vor dem Spiegel gegenseitig betrachtet. Das war süß. War süß. Aber wer ist jetzt eigentlich dann Pooh für den Kill, oder? Das stimmt, ja. Ja, er hat ihn safe gemacht. Ja, ich bin Schmantau. Boah, ich muss immer pissen, wenn ich die Geräusche rauskomme. Ja, ich würde behaupten, dass Schmantau keinen Kill gemacht hat, die Runde. Ja, das kann ich auch so zurückgeben. Und er ist nicht wirklich lustig. Hallo, Anni, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Was geht? Ich höre dich, Anni, wie geht's? Was geht? Oh Gott, du bist doch ein Imposter, ne? Stay away from me. Ah. Well. Bis zum nächsten Mal.